Es ist der 21.07.2016. Ich bin Marco und es ist wieder Zeit für TechTegel. Schön, dass ihr dabei seid. Das Ressort Android beschäftigt sich heute mit dem neuen Gorilla Glass 5 und sagt euch, warum ihr künftig eure Smartphones von noch höherer Höhe herunterfallen lassen könnt, ohne Bedenken. Apple-Fans freuen sich über die zweiten Public Betas von iOS und macOS Sierra. Im Windows-Ressort ist ein Prototyp des Nokia McLaren aufgetaucht. Ein sehr cooles Smartphone, das womöglich als erstes die 3D-Touch-Funktion eingeführt hätte, wenn es denn jemals erschienen wäre. Und einen coolen App-Tipp haben wir auch noch für euch, wie ihr YouTube-Videos so ganz nebenbei ansehen könnt. Endlich, jetzt gleich. Willkommen bei einem neuen TechTegel und ganz große Glückwünsche Severins Mutter. Der Severin steht gerade hinter der Kamera und seine Mutter hat heute Geburtstag. Alles Gute. So, kommen wir gleich zu den wichtigsten Themen des Tages und wir beginnen wie immer mit dem Ressort Android. Coring hat das neue Gorilla Glass 5 vorgestellt und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, soll das nochmal viel robuster, kratzfester und was weiß ich noch alles sein. Gegenüber dem Vorgänger. Diesmal soll man iPhones oder Android-Phones, je nachdem wo es verbaut ist, aus 1,6 Metern Höhe fallen lassen können. Und in 80% der Fälle überlebt das Handy diesen Sturz. Meistens trifft aber der restliche Anteil der 20% ein und es zersplittert, zerspringt. Jedenfalls, der Vorwand, das Gorilla Glass 4 hat nur Stürze von 1 Metern circa überstanden und wie gesagt, das neue besteht Stürze von 1,6 Metern. Zudem hat es einen besseren Schutz vor Kratzern und soll zudem mehr Klarheit auf dem Display schaffen und eine bessere Berührungsempfindlichkeit besitzen. Coring hat dazu gleich eine neue Studie auch veröffentlicht und zwar 85% der Handy-User passen überhaupt nicht auf ihre Smartphones auf und lassen die mindestens einmal im Jahr fallen. Wo das neue Gorilla Glass jetzt verbaut werden wird, kann man noch nicht genau sagen. Wir rechnen aber schon damit, dass es im Note 7 und im iPhone 7 Einsatz findet. Und da sind wir auf jeden Fall schon auf die ersten Drop-Tests gespannt. Die genauen Details zum neuen Gorilla Glass jetzt auf Giga.de. So, kommen wir zu Apple. Seit gestern gibt es die zweiten Public Betas von iOS 10 und macOS Sierra. Wie ihr die genau auf euren Mac bzw. auf euer iPhone bekommt, das erfahrt ihr auf Giga.de. Da gibt es die genauen Anleitungen dazu. Jedenfalls ist dort eine neue Funktion aufgetaucht und die soll euch informieren, wenn sich im Lightning-Anschluss Flüssigkeit gesammelt hat. Das heißt, durch Kondenswasser oder wenn ihr euer iPhone wieder in die Badewanne mitgenommen habt, dann informiert euch das iPhone darüber und rät euch, es zuerst trocknen zu lassen, bevor es wieder an den Anschluss hängt. Und die Ladefunktion soll natürlich auch unterbrochen werden. Das heißt, es ist sehr praktisch in diesem Fall, um Defekte womöglich zu verhindern. Man soll allerdings nur bei den neuen Modellen, also 6s bzw. 6s Plus und SE Anwendung finden. Dann gibt es eine News aus dem Windows-Bereich und die betrifft Nokia. Da war ja vor einigen Jahren die Rede von einem neuen Modell mit dem Namen McLaren. Da ist jetzt ein Prototyp aufgetaucht, der in diversen Videos und Hands-on-Videos gezeigt wird. Und das McLaren hätte der Nachfolger werden sollen von dem Lumia 1020. Das war dieses Smartphone mit diesem riesen Kameraobjektiv. Und das Projekt wurde dann vor einigen Jahren eingestellt. Leider, denn besonders hätte das McLaren oder wie es dann geheißen hätte, eine 3D-Touch-Funktion ausgezeichnet, die ein bisschen anders funktioniert als bei Apple. Und zwar bei Apple muss man ja da fest aufs Display drücken. Und die 3D-Touch-Funktion bei McLaren hätte sozusagen eure Finger gescannt, die über euer iPhone geschwebt wären und sozusagen so eine Art Hover-Effekt da registriert. Und da hättet ihr auch irgendwie zusätzliche Menüs ausklappen können und diverse andere Einstellungen aufrufen können. An dieser Funktion soll Microsoft jetzt noch arbeiten, aber in Windows-Phones wird es wohl keinen Einsatz mehr finden. Sehr schade, aber ihr könnt es euch mal auf Giga.de ansehen, wie eben diese Funktion genau ausgesehen hätte, beziehungsweise funktioniert hätte. Dann haben wir noch einen extrem coolen App-Tipp für euch. Und endlich ist es möglich, YouTube-Videos, ich denke da speziell an die Leute, die alle Songs auf YouTube abrufen, während Mails checken, Facebook checken, Internet surfen, weiter abspielen zu lassen. Das ist ja bis jetzt überhaupt nicht gegangen. Und zwar mit der neuen App FlyTube ist das jetzt möglich. Die könnt ihr euch gratis im Google Play Store herunterladen. Da erscheint das YouTube-Video dann in seinem kleinen Fenster. Das könnt ihr dann auf eurem Display hin und her verschieben und währenddessen eben Mails checken, Facebook checken, was auch immer. Also sehr schöne Sache, betrifft wahrscheinlich viele von euch, die unterwegs gerne YouTube-Videos ansehen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis mal.